hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video heute zeige ich euch was ich so im action mit meinem mann gekauft habe und zwar haben wir diese chips kaufen wir dann mal zweimal weil wir gesagt haben wir fahren ja nicht mehr denn einmal den weichspüler im blau und im pink den kaufe ich weil wir nicht nach polen kommen mir reicht er auf dann haben wir einmal so eine pads da sind 40 stück waschenmittel drin mitgenommen dann habe ich einmal so eine lichterkette kann ich mal aufmachen weil ein bisschen deko weihnachten nicht so weihnachten zeit zu haben dann haben wir dreimal so eine grabkerzen gekauft hier steht nicht drauf wie lange die brennt jetzt bin ich mal gespannt denn einmal eine grabkerze die soll 90 stunden brennen weil die ging öfters hin mein onkel und mein opa so einmal so eine thermohose das sind die Hose diese kätzchen rein und so zeige ich euch mal und zwar sieht die so am bund bin ich mal gespannt habe ich jetzt in L genommen weil ich längere Beine hab bin ich mal gespannt weil der Winter wird bestimmt ich bin mal gespannt weil der Winter wird bestimmt Halt, da blicken wir ja nicht. Dann habe ich einmal, ich habe zwei Teile hat meine Mama schon und zwar einmal, zweimal so eine Mischpaletten für Farbe. Und zwar habe ich ihr sowas hier mitgenommen, so ein Kratzbild. Das ist die Größe, mal gucken, steht hier gar nicht, wie groß die sind. Doch hier 40,5 x 28,5. Mal gucken, was sie sagt. Die weiß das noch nicht, denn hier so eine, wenn ihr das Video seht, habt ihr das schon. So eine, zum Hinstellen, so eine Gläser, habe ich einmal das, das andere kommt nicht hin. Dann habe ich einmal mitgenommen, zwölf so eine Basiszusätze, mit verschiedenen Düften und so. So habe ich ein Video gesehen. Wenn ihr das sehen wollt, was für eine, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich ein Video davon. Dann habe ich hier so einen Block gekauft, mit so Stanzen und Blättern, das ist so ausgestanzt. Hier ist auch, die sind so ausgestanzt. Kann man ein Karte machen oder so. Und ich will ja jetzt, fängt die Bastelzeit an. Mal gucken. Ich habe ein paar Blöcke mitgenommen, nicht viele. Denn einmal den Block. Das Ausschuh und Stanzen. Mit so. Den fand ich ganz interessant. Und einen habe ich nie. Meine Katzen holen wir heute mal raus und rein. Und so eine Katzen drauf. Ich halte das immer, immer so, damit ihr es seht. So. So. So Kröpen. Mohn. Da. Mieze. Dann so eine Blätter. Das sieht auch schick aus. Dann so und so. Dann habe ich die Blätter. Zwei große Blöcke mitgenommen. Vom Design her. Sieht ihr das? Die sind immer so beidseitig für Karten. Und so. Fand ich sehr schön. Und einmal. So. So. Das ist so mehr. Eine Seite. Herzen. Dann das einfach immer hier mit. Hier sind Punkte. Blau. Hier sind blaue Streifen. immer friert. Oder. Da wieder. Da habe ich nur zwei. Also zwei verschiedene. Weil jetzt die Weihnachtszeit kommen. Und da bastille ich. Und. Und. Mach auch gerne. Mh. So wie. Pussel. Man kann ja nicht mehr machen. Dann habe ich zweimal für die Fenster. Dieses Motiv mitgenommen. Das fand ich sehr schön. Deswegen habe ich das zweimal mitgenommen. Dann habe ich das zweimal mitgenommen. Dann habe ich hier ein Bade. Praline sag ich. Äh. Tafel Schokolade. Ist auch sehr schön. Dann ein Sprüher für zusätzliche Badstellen. Bin ich mal gespannt. Mein Mann hat gesagt. Dieses Design soll ich mitnehmen. Dann habe ich ein. Apple Energy mitgenommen. Mein Mann trinkt. Den. Gerne. Dann habe ich. Eine. Maske. Genommen. Die. Krebs. Äh. Granatapfel. Zitron. Ich hole mal den anderen. Zitron. Ich hole mal den anderen. Ja. Hab ich eine mitgenommen. Immer die Sorte. Dann will ich eine. Windeltorte machen. also von meinem bruder die freundin die tochter kriegt ein kind und ich brauchte noch so eine gummi für die windeln zum festmachen weil ich weiß nicht sonst hält das ja nicht einfach nehme ich die oder ich lasse mir was anderes einfallen aber gummi brauchen wir öfters dann habe ich eine so eine kuscheldecke sag ich mal 1,50 x 2 meter mitgenommen kommt jetzt dann in der wäsche dann habe ich dreimal diese kleinen dinge mitgenommen die essen wir dann einmal ein scheinwischer ich denke der passt mein mom meinte du musst jetzt gucken passt der nicht so der wird bestimmt passen denn der zweite hier so ein duft dann habe ich einmal hier so für teelicht und wachs duft hier mitgenommen werde ich denn kaufen viele dieses mit salz und das wollte ich mal austesten viele sagen das ist gut dann habe ich ein peeling mitgenommen ein kaffee peeling das habe ich auch gebraucht dann habe ich noch mal dieses mitgenommen ein wasch dann habe ich einmal kekse mitgenommen und zwar diese hier die habe ich schon mal gehabt die schmecken gut dann habe ich dann habe ich einmal die knoblauch soße mitgenommen weil die habe ich angefangen und sie wollen ja dieses jahr nicht mehr hinfahren dann brauchen wir eine müldbeutel 20 liter die mag mein mann lieber das katzenklo dann habe ich zweimal die ghani vitamin shot maske mitgenommen dann haben wir dreimal scheinwende eiser mitgenommen für das auto brauchen wir ja dann habe ich dann habe ich eine haribo schnoblauch mitgenommen 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 dann haben wir uns einen neuen kontaktgrill haben wir sozusagen weil der tenfit schnoblauch geht dann doch mal kaputt dann habe ich gesagt dann kaufen wir so einen der wird schon nicht so schnell kaputt gehen wie so ein tenfit schnoblauch die halten da nicht und einen teuren wollte ich jetzt nicht kaufen das ist glaube ich dann besser dann habe ich einmal eine haarmaske mitgenommen denn einmal bade perlen und zum bade glitzer puder dann habe ich so eine rohrgültchen mitgenommen hier zum basteln einmal so ein schuppen für schuppenmuster einmal so eine blaue mit bärchen drauf dann eine grünliche mit sterne und so eine orangene mit sterne und herzchen dann habe ich einmal ein bodysquap mitgenommen das ist bestimmt auch noch extra wenn die das sehen duftet schon sehr schön hätte ich mal eine maske Haarmaske vielleicht auch zeigen können wenn sie nicht verschlossen ist die ist verschlossen dann habe ich noch so eine blöcke mitgenommen die sind hier an der seite verschlossen gucken ob ich da aufkriege die klingen so mehr zu aber ob das jetzt so schön ist wenn die die jedes mal zu klingen das weiß ich nicht weil du machst ja die blätter meistens klebestoff ran oder so meine katze will wieder rein so ja dann komm little komm ja dann dann so dann so dann so dann so dann so da sieht man mich da sieht man mich das ist ja so ein bisschen das ist schick mit Herzen so uranschlich rot das war der erste jetzt muss ich alle aufmachen naja ich hoffe ihr habt verstanden jetzt ich hab das wirklich immer live wir schneiden kein video wir könnten das schneiden aber ich bin so live wie sich das gehört und wenn es halt so viele produkte hab ich ja nicht mehr wenn es dann es sind immer zwei die gleichen blätter ich so blätter das sieht auch schön aus da kann man schöne Sachen draus posteln ich bin ja nicht die Einzelste meine Mutter bastelt ja auch gerne kitzel meine Haare ich habe noch nicht viele abonnenten ich bin auf jeden abonnenten stolz der treu ist und wenn ihr irgendwas sehen wollt am videos schreibt es in die kommentare vielleicht kann ich euch das erfüllen mehr so grünlich mit Sternen das sieht doch aus als ob sich das bewegt so blau ach ja die Farbe von meinem Mann mehr 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 und der ist nicht ich mach das hier vorne die machen die machen das auch so unterschiedlich ich tun mal vorne mal hinten nicht wundern meine Katze ist gerade hier der Kater nicht der ist bestimmt im Wohnzimmer das Fenster da ist jedes Blatt anders orange so grün pink grün blau rot silber so bräunlich lila orange grün fängt wieder von vorne an so dann habe ich mitgenommen ein Make-up Tuch also zum Make-up entfernen mit Wasser das kann ich euch auch mal zeigen das ist so schön groß und fühlt sich weich an und dann kannst du kann man hier so die Finger rein machen sag ich mal habe ich auch das erste mal ich weiß nicht ob es dieses Tuch schon länger gibt gesehen zum austesten so dann habe ich mitgenommen einmal diesen Badezusatz baden gehe ich ja oft dann diese Maske einmal dann diese goldene Maske einmal dann diese Maske einmal mit Ananasduft dann dieses Badesalz dann dieses Badesalz das wollen mich nachher weg dann einmal diese Maske mit Rosenduft und mit Haferduft mit Hafer dann einmal diese Maske einmal eine Schutzmaske mit gelieb ich ja und Lippenmasken also da kann ich nicht meckern auch wenn viele meckern viel Verpackung die Masken sind aber schön dann habe ich hier so eine Badekugel mitgenommen fünf Stück ich nehme ja jedes Mal ich nehme ja jedes Mal Badekugel so und dann habe ich mitgenommen diese hatte ich letzt mal die hat gesprudelt ohne Ende die fand ich so schön mein Mann so oh das sieht schön aus einmal so eine grün gelbe und so eine weiß pinke in Größe bin ich gespannt ob die auch so sprudelt dann habe ich noch Lichterketten mitgenommen einmal eine 100er diese Draht seht ihr mit Batterie und einmal die 40er im Bund die brauche ich äh zum basteln und fürs dekorieren so Fenster dann habe ich aus der Werbung nur Boxer Shirts mitgenommen einmal so und einmal so wie blau dann habe ich einmal ein Haarshampoo passend zur Maske und zum Palmolive dieses mit Orange bin ich gespannt ja das war mein Action Haul ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und es würde mich freuen wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst bis zum nächsten Mal eure Beauty Püppi Tschüssi bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.